Also gegeben ist die Gravationskonstante und die Erde bewegt sich um die Sonne mit einer Zeit, ungefähr einem Jahr, und es gibt den Abstand 150 Millionen Kilometer und daraus sollen wir die Masse der Sonne berechnen. Und da macht man jetzt den Kraftansatz, also die Zentrifugalkraft gleich der Gewichtskraft, hatten wir schon ein paar Mal, und dann hüpft die Masse der Sonne raus, ich nenne die Masse der Sonne Groß M, die Erde Klein M, können ja M1, M2 oder sonst irgendwie nennen. Vielleicht noch so eine Bemerkung, bei Fz gibt es zwei, also Fz ist MV Quadrat durch R oder Fz ist M Omega Quadrat mal R mit, Omega ist die Winkelgeschwindigkeit 2 Pi durch Groß T. Das kann man beides verwenden und ich mache es jetzt aber mit dieser Formel, die ich anschaulicher finde, weil die gilt für mein Auto, das mit einer bestimmten, oder auch mit meinem Fahrrad, das mit einer bestimmten Geschwindigkeit in die Kurve reingeht. Und ich finde dieses Omega sehr abstrakt, deswegen jetzt mal damit. Gut und lohnt. Ah, und in der Angabe steht hier, eigentlich sind es 0,4, aber das ist egal. Ja, also 365 Tage hat man dann einen Vierteltag wegen dem Schalter und dann gibt es noch so exakt ein Viertel, ist es nicht. Und, aber das ist nur eine Spitzwindigkeit. So, und los geht's. M V Quadrat durch R gleich G M M durch R Quadrat. Wir kürzen diese Masse weg und das ist die Masse der Erde und übrig bleibt die Masse der Sonne. Und mal R Quadrat dividiert durch Groß G, dann haben wir hier M Sonne gleich Bruchstrich V Quadrat durch R mal R Quadrat durch G und da kürzen wir mit dem Quadrat den Radius weg und müssen aber noch die Geschwindigkeit berechnen, mit der wir um die Sonne sausen. Also während wir hier so gemütlich da rumsitzen, gibt es eine gewisse Geschwindigkeit. V gleich S durch T, Weg durch Zeit, 2 Pi R, der Weg ist ein Kreis. Und wenn ich den ganzen Umlauf nehme, dann mache ich immer ein großes T. Und bei uns hatten wir, der Radius, der wurde hier so mit einem D benannt bei der Aufgabe. D Distance, also meine Buchstaben ändern sich, aber es geht darum, es ist ein Kreis und ein Radius. Also Masse der Sonne ist gleich und dann eintippen, 2 Pi. Ich mache jetzt mal 150 Millionen mal 10 hoch. 150 Millionen Kilometer sind Milliarden Meter durch 365, ja die Tage, ok. Ja, 2, 2, 4, 2, ja ich nehme mal 12. Das sind Tage, die müssen in Sekunde umgerechnet. Mal 24 mal 3600. Jetzt habe ich Sekunde. Jetzt das Ganze quadrieren. Jetzt nochmal die 150, eine Aufgabe über 1,49, ja 150 mal 10 hoch 9 Meter. Gut, Gravitationskonstante 6,67 mal 10 hoch minus 11. Und zwar Meter hoch 3 Kilogramm Sekunde Quadrat. Und dann bekomme ich die Masse der Sonne, ohne dass ich sie auf die Waage lege. Ja, ich kriege sie raus. 1,99 ungefähr. 1,99 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Unvorstellbar groß. Runden. Also man könnte jetzt auch auf zwei Stellen runden. Ja, ich habe ganz gute Angaben. Also kann man es auch auf drei Stellen lassen.